Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Fahrt, diesmal auf dem Main. Ah, jetzt sind wir auch unterwegs auf dem Main. Ab geht die wilde Luzi. Oh, der Trollfahrt. Hab ich vergessen. Ups, ups, ups. Das ist immer verflucht, wenn ich sag, das ist eine wohlgefahr Abfahrt. Das ist also immer GG. GG. Äh, muss Support. Ah, das ist immer dieser Top-Laden-Main. Mal schauen. Ich will auf jeden Fall euch Eco, Tank-Eco präsentieren. Weil ich, äh, finde, dass sie Broken as fuck ist. Natürlich. Ich war jetzt natürlich nicht da, ich war jetzt in Polen. Ähm. Aber. Soll ziemlich stark sein. Mal sagen, was man soll. Ba-ba-da. Ba-ba-da-ba. Umfalls Sache, ja. Ihr Nala schreien hört oder so. Sie ist gerade rollig. Ah, Katze ist rollig. Wird viel geschreit. Aber sie schläft gerade. Deswegen kann ich gerade in Ruhe aufnehmen, hoffentlich. Hoffentlich bleibt das oder so. Ähm. Ja. Was hab ich über Varus? Was haben wir überhaupt für ein Team? Karma Top-Lane. Braum. Urdia. Hm. Gegen Lulu, Zed-Gin. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, jetzt stinkt er ein bisschen. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Gut, gut, gut. Hab ich irgendwie... Äh, sieht so aus, als ob ich XP gemisst habe. Aber hab ich nicht. Ah. Oh no. Ich glaube wir haben alles gemisst. Ah, RIP. Dann fertig, ey. Take this. Oh, oh, oh. No! Oh, das war mal ein krasser Dodge von dem auf jeden Fall. So gesehen, diesen Sidestep. Und die Macaroni. Ich werde weh nehmen, falls Sache für den, verzeihe mich, irgendwie Insect oder so, also quasi Q-Flash macht oder so was. Sicher, sicher. Okay, nice. Level 3. Zack. Easy Q. Ich glaube, wir können jetzt gut pressen eigentlich, mit dem Poke, den wir haben. Ah, ich habe gemisst. Oh, wah. Hat er mir aber gedrückt. Wollt schon, muss ich nehmen. Braum ist hier. Oh, schön, Top-Lane. Hat gerade den Crit. Aber ich muss mehr darauf achten, ich bin halt nicht gewöhnt, gegen, gegen Jhin zu spielen. Halt sie das für immer jetzt. Ja, beautiful, dieser Engage. Klingt mir nicht? Alter, ist das... Einfach Braum, Main. Habe ich irgendwie Level 6? Dieser Engage war einfach Zucker. Zucker! Gut. Haben jetzt keine Summs? Die haben noch alles ab, eigentlich bis auf meinen Exhaust. Wohl, vielleicht würde ich anders bauen. Ich glaube, ich würde so gehen. Mit dem Pink-World, dass er vielleicht... Ich denke, ich werde erst mal mit dem Pink warten. Ich will eigentlich hier Pink-Worlden und hier halt safe sein, dass da nichts steht. Deswegen muss ich wissen, fuck, wäre der direkt Bottom gekommen? Ich glaube, das wäre Instant Freak hier gewesen wieder. Das ist einfach Ste Rechtschuh einfach. Da 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 da. Da 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 am I? Ja. Der Name ist noch passend, der ist da um, 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 um zu sein. Okay. 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 Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Okay, okay, okay. 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 Okay, nice. Oh. Intense, Alter. Intense, celebrity. Okay. Hi Fucking Dragon Sniper EEG Alter vor allem mit THR gut damage rausgehauen der Typ echte krass Nice nice Alter macht das echt viel Schaden Also, für ne Tier nur hat er echt viel Schaden gemacht. Wahrscheinlich sehr viel Abendpennen oder sowas drin. Ich glaub, ich würd' ihm mal ein bisschen helfen mit Warding. Wir fahren Ward da mal und sitzen. Ah, ich hätt' mir hier wahrscheinlich wollen sollen. Malabah. Warte fuck, wieso weht er da rein? Ja, der Cocky ist halt volle Pülle reingeweht. Hm, nicht so geil. Warte, dann erst du mal wohnen. How? Ah, ja, ja, er hat dann gedivet oder was? Oh, hier, 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 hier für Bottom. Was ist das denn für ein Bild? Also ja, bisher gehen können, glaub ich. Oh, rip. Ba ba da ba. Da ta ta. Ah, stand leider oben, schon. Okay, kann ich flash. Rechte ein. Oh. Na, na, na. Oh, gut. Fuck, der Typ kriegt halt echt viel Farmen grad. Stör mal, ich grad nur Render, ich geh mal mit. Und du da. Dann tut. Dann tut da. Oh. Dann tut. Was ist das? Hm. Lass mir ja. Ah, der macht echt viel Schaden, der Typ. Jawoll. Gehen wir mal in den Gegend. Ah, ist tot. Nice, 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 nice. Very, very important. Ah, du hast nicht geflasht. Ah, kriegt er hin? Schon ziemlich schnell. Oh, es wurde immer noch geslout. Ah, kriegt er nicht. Oder? Noch. Okay. Huh. Good job. Achso, warte, bin ich hingestammelt. Stimmt. Geht schon mal bottom, muss ein bisschen XP holen. Okay, kein Pinquad hier. Ich werde jetzt hier in den Wald sitzen, obwohl. Vielleicht sogar hier. Für den Gragas, weil er ja 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 Bodys rüberslammt. Okay, nice. Wohohoho. LOL. Alter. Wie der Damage eben gemacht hat. Alter, lass mich prox, for fuck's sake. cool. Oh, okay. Fuck. Oh, okay, three. Ah, okay, good. Oh, okay, good. Everything's gone. Oh, okay. Let's go. Okay, play. was hat er benutzt alles ich hätte wahrscheinlich die ultimate von gragas blocken können als er geflogen ist und damit dann habe ich wirklich gar nicht gedacht so gern movie boots irgendwie, aber ich kriege erstmal money nicht zusammen dafür ich glaube im monivion kann ich den lassen ruhig da auf der botline ich glaube ich werde erstmal level 9 über Swappen zu einem Sweeper oh 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 Was ist das? Boah, das war ein schöner Flash. Hat er geturnt? Können wir ihn holen? Können wir ihn holen? Alter, er hat kein Damage. Oh, vielleicht hat er Mana bekommen. Ah, schade, schade, schade. Können wir ja eigentlich nur einmal hier holen, pink war noch dazu. Das bringen wir jetzt nicht so viel, eher Division. Ich überlege gerade, ob ich E oder W gegen die 2 das gehen soll. Ich würde eh gehen, vielleicht abwechselnd immer. Da, 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 da. Muss wieder ein bisschen Money sharen hier. Ja. Ja. No. Aber hat er, hat er, hat er. Oder auch nicht. Wo ist der Low? No. Ah, hat ganz vergessen, dass da noch ein hier ist. Das ist ja nicht Level 9. Was für ein Game, Alter. Holy shit, I like. Geht da richtig die Luzi ab, alle. Ja, jetzt hab ich abgefahren, das Game. Oh, er ist RIP. Oh! Bisschen andackig, bisschen andackig, bisschen andackig. Ich hab jetzt leider kein, äh, kein Exhaust mehr. Für den Z. Da, da. Nah, da, ja. Es ist eine Leia. Oh ok, der macht ja echt nicht für Schaun. Oh, ist das denn das wissbar? Ob er da deppen kann. Dun 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 Ha, ha, ha. Wie spüren wir das jetzt am besten? Wir müssen einfach den Poken lassen, die zwei Screams wenn er die trifft oder Lulu oder sowas. Ich muss noch Face of the Mountain bauen. Ich glaube hier ist erstmal wichtiger. Docket. Daaa. Wollen wir mit da? On my way. Ich muss mir die Schuhe kaufen, sonst wird das hier. noch eins im good job what the fuck good job, ich glaub wir können weiter push an nice 48 vielleicht kriegt Odia noch sogar den Red Buff okay lock it up, ich kann mir Schuhe kaufen und schonmal für, wo, ich hör mir das Ding glaub ich gegen die die gestorben werden einfach droppen können what damn it irgendwas hab ich gekauft, hat ziemlich viel Gold glaub ich dass wir jetzt sehen und schon mal und schon mal runter durch sich durch die hold bis raus Aber ich glaube, vielleicht kriegen wir einen Ace, nice, 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 das war gar nicht so fucking bad, holy shit, ich hab mir jetzt auf jeden Fall Mika jetzt, grad wo ich so drüber nachdenke gegen Zed, wo ist das Ding, hm, das war nicht das geilste, obwohl, ja doch, obwohl, Frozen Hulk ist auch gar nicht so schlecht, Lulu macht auch ziemlich viele Autotags, na, Zed halt nicht, ne, ist ziemlich useless, Jin macht auch nicht so viele Autotags, hm, wo ist denn das Ding, ah, da ist es, LoL, was ist das denn, Iceborne Gauntlet, was macht der denn, der ist so ein bisschen random Da, 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 da Wir müssen jetzt aufpassen, ich weiß nicht, wieso der Varos gerade eben gestorben ist da Okay, ball hat sie Der ist aber ziemlich useless Nice Oh, Exhaust hab ich noch rausbekommen Oh, es könnte sogar nur gut werden, der Kite, aber der macht, der macht so viel Damage Ah, macht kein, oh Oh, der kommt Holy shit, wieso ist der so schnell gewonnen Okay, nice, 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 nice Fuck auf den Leister Oh, das war ein Game, alter Oh, das könnte gut sein Lagas ist halt on the way Oh, das könnte ich wirklich viel rausgerutsch draus machen Alter, ist aber echt so Was für ein Game Ja, wenn sie sterbt Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir keinen Barrel machen Alter, wie viele Leute brauchen wir da Ich hab keinen Exhaust hab Okay, nice Das wird gut, das wird gut. Ich weiß gar nicht, hat er noch Ultimate? Okay, hat er noch. Den können sie easy runterbogen und danach noch Baron. Go Baron, go Baron. What? Why not Baron? Mein Brain hat mit mir gespielt. Fuck, ich dachte das wäre ganz easy up. Aber nope. Das Ding ist echt eklig. Der Bild. Das ist halt so... 44 Kudon hat sie schon. Twin Speakers auch noch. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, ich hab Mika jetzt. Habe ich nicht vergessen jetzt. Ich habe Mika jetzt. Wollte das Ding sogar finischen? Ah, jetzt ist Burn Up. Ich hab Mika jetzt. Da, da, da. 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 Da, da. Da, da. Richard! Nee, nicht mehr Wolf. Hab gerade überlegt, aber nee. Vielleicht tut ihr dran noch. Uncovered, easy push. alter aber der bild ist echt nicht nicht schlecht werde ich auch ausprobieren die ganzen tanki eisbord und so weiter so gut botlane jetzt abholen immer botlane sobald ihr irgendwie mit den inhibitor oder allgemein wenn ihr baron buff habt fokussiert eigentlich immer botlane weil es am meisten worth ist weil ihr dann nach dem baron am meisten daraus machen könnt die ultimate hat gut gesessen einfach so viel mehr sustain ist einfach unnormal nice 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 well played team geil gespielt am ende wurde das echt easy teamfights wir hatten so viel zu sehen hätte ich hier noch mika als abgabter wäre doch weiß nicht nice das war eine schöne folge abfahrt leute eine sehr schöne folge ich möchte noch mal kurz hier gehen in den screen noch an so plus 15 183 punkte fangen wir wieder an zu grinden den kack aber ich müsste schauen oha so viele esdinger holy moly macaroni 10k nicht so bad aber ich möchte eigentlich gucken damage taken 29k auch nicht so bad aber guckt euch an karma einfach das hat mich am meisten interessiert an wie viel karma damage genommen hat krass krasser shit nun gut das war eine weitere folge abfahrt ich hab euch gefallen ich hab mir jetzt noch randuins gebaut und danach keine ahnung was irgendein support item haut rein habt noch einen schönen tag nachmittag abend whatever tschüssi bis dann